Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Yellowstone, die Neo-Western-Serie mit Kevin Kosten, hat mittlerweile nicht nur eingefleischte Fangemeinden für sich gewonnen, sondern auch schon zwei Prequel-Serien bekommen und eine weitere ist sogar schon in Arbeit. Seit 2018 läuft die Serie und es ist jetzt endlich mal Zeit, hier einzutauchen. Ich bin der David, aber ich mache das natürlich nicht alleine, sondern die liebe Theresia unterstützt mich dabei. Aus dem tiefsten Bayern, in dem man weiß, dass man gelben Schnee meiden soll, aber gelbe Steine betrachtenswert sind. Hallo Theresia! Hallo David! Hi, ich freue mich auf den Podcast. Ja, endlich haben sich mal zwei gefunden, die sich die Serie kennen und auch geschaut haben und lieben. Es scheint immer noch so ein kleiner Insider-Tipp zu sein. Ja, aber wenn man mal gefangen ist, dann werden wir auch die ganzen Prequel-Serien sehen, habe ich das Gefühl. Ja, dann will man alles haben. Ja. Bevor wir vielleicht so in die Handlung eintauchen, Theresia, dann erzähl doch mal, wie bist du auf die Hauptserie Yellowstone gekommen und was hat dich, bevor du sie überhaupt geschaut hast, so angemacht, dass du sie schauen möchtest? Ja, also ich bin ja schon so ein bisschen, ich habe schon so ein Faible für diese ganzen Neo-Western-Serien und Filme, die es jetzt so in den 2000ern gegeben hat. Also da mag ich schon alles. Yellowstone bin ich aber eher erst dazu gekommen, als unser lieber Podcast-Kollege Stute, die dann auch gesehen hat. Also sie stand hier nochmal im Zettel, aber so wirklich überzeugt, dass ich damit anfange, hat mich dann auch erst Stute, weil der war wirklich begeistert. Ich glaube, der hat am einen Abend fast die ganze erste oder in einer Nacht fast die ganze erste Staffel sich angeschaut. Und dann habe ich auch so mit den ersten Folgen angefangen, fand die dann wirklich gut und gute Charaktere und habe dann weitergemacht und eben dann mit 1883 und jetzt noch 1923 und ja, bin quasi schon, ja, nee, ich will, glaube ich, nicht Teil der Familie Daten sein, obwohl ich dann die, was ihnen so passiert, dann doch ganz gerne anschaue. Teil der Familie, glaube ich, möchte ich nicht sein. Ja, jetzt ist es du jetzt kein absoluter Gradmesser, was gute Serien anbelangt. Deswegen machen wir beide ja auch den Podcast. Schöne Grüße ans du. Mir ging es ein bisschen anders wie dir. Für mich war ganz klar das Zugpferd oder das Interessante an der Serie Kevin Kostner. Ich bin schon so ein Kevin Kostner-Fan und als ich dann gelesen habe, er macht jetzt mal eine größere Serie oder es gibt eine Serie, die schon in der dritten Staffel ist in den USA und jetzt in Deutschland erscheint und ich hatte die gar nicht auf dem Radar und dann kriege ich mit was. Kevin Kostner in einem Neon-Western-Serie, das kann doch nur gut sein, weil ich mochte diese Miniserie Hatfield & McCoy, wo er ja auch mitgespielt hat. Dann mag ich seine Western Open Range und der mit Deutschlands natürlich auch. Und dann war für mich klar, da muss ich reingucken und war erstaunt überhaupt, weil das war ja seit langem mal wieder eine Serie, die ja schon ein relativ hohes Budget irgendwie hat oder schon eine gute Macherart hat, aber nicht zeitgleich irgendwie sofort in Deutschland erschienen ist und die schon etwas gebraucht hat, bis sie überhaupt in Deutschland bekannter wurde. Was man ja heutzutage nicht mehr so hat. Heutzutage kommt eine neue Serie raus und dann ist sie ja eine Woche später ja auch gleichzeitig im Stream irgendwie verfügbar. Und es war hier total schwer anfangs, überhaupt an Staffel 1 ranzukommen. Jetzt hat sich das ja mittlerweile gewandelt. Also jetzt kommt es ja auch, glaube ich, in einem Wochenversatz. Zwar noch nicht synchronisiert, aber zumindest die englischen Folgen auch schon sofort in Deutschland raus, wenn sie denn mal wieder rauskommen. Ja, eben. Also ich habe es ja eh relativ spät eben erst gesehen. Und da war dann eben, glaube ich, ich habe dann Staffel 1 bis 3 durchschauen können, weil die alle verfügbar waren. Und dann musste ich ein bisschen warten, bis Staffel 4 da war. Und jetzt müssen wir halt leider auch warten, bis Staffel 5 kommt. Aber es ging also, war okay. Und ich mag es ja, wenn ich jetzt nicht eben ein Wochenweise oder ein Jahr oder was weiß ich, wie lange warten muss, bis dann endlich eine neue Staffel da ist. Ja, ich bin auch so einer. Wenn es mich mal so richtig gepackt hat, dann will ich dranbleiben. Weil wenn dann zu lange Pause ist, dann habe ich manchmal keinen Bock weiterzumachen, weil ich dann jetzt auch nicht so einer bin, der dann eine Staffel nochmal guckt, damit ich weiß, was ist denn so passiert vorher. Oder mir ständig irgendeinen Recap reinziehe, kurz off-topic. So ging es mir bei Jack Ryan. Ich habe jetzt ewig gebraucht, jetzt da Jack Ryan-Serie zu Ende zu bringen, weil ich einfach gar nicht mehr wusste, was ist in den Staffeln davor passiert. Aber kleiner Spoiler, man muss das auch nicht wissen bei Jack Ryan. Das haben die ganz gut gemacht. Okay, zurück zu Kevin Costner und seiner Serie Yellowstone. Ich dachte immer, tatsächlich auch, weil er natürlich der Hauptstar ist, dass das auch so ein Herzensprojekt von ihm wäre. Tyler Sheridan, der Showrunner, wenn man so möchte, oder der, der die Serie erfunden hat, der war mir vorher gar nicht so ein richtiger Begriff. Kanntest du den oder wusstest du schon so, was der vorher gemacht hatte und dass er auf einmal anfängt, sich dann auszubreiten da in Hollywood? An dem geht ja eigentlich gar nichts mehr vorbei jetzt. Ja, nee, ich kannte den gar nicht. Also ich bin ja, was Regisseur oder Drehbuchatoren angeht, bin ich wahnsinnig schlecht. Und ich habe mal zufälligerweise ein Double Feature auch geschaut, weil ich die Filme auf meiner Liste stand. Das war nämlich Wind River und They Want Me Dead. Und irgendwer hat dann gesagt, oh, Tyler Sheridan Abend oder wie? Und ich so, wer bitte ist Tyler Sheridan? Und dann habe ich nachgeguckt und gesehen, ach, das ist der Regisseur. Und da habe ich festgestellt, es war einfach nur purer Zufall, dass ich mir für den Abend die zwei Filme rausgepickt hatte und habe dann eben auch nachgesehen, was er noch so alles gemacht hat. Und ich habe sehr viel wiederentdeckt. Also ich habe Hell or High Water angesehen und jetzt auch Talser King und so. Also ich habe durchaus sehr viel von seinen Werken gesehen und mochte eigentlich, was ich bisher gesehen habe, immer sehr gerne. Ja, so ging es mir auch. Er wurde mir erst durch Yellowstone ein Begriff und dann habe ich gemerkt, oh, was ich schon alles von ihm gesehen habe. Und dann, als ich Talser King gesehen habe, oh, das ist auch von ihm. Man erkennt jetzt mittlerweile auch schon so ein bisschen seine Handschrift. Bei mir nutzt er sich so langsam ein bisschen ab. Aber es funktioniert immer noch gut. Manchmal hat er schöne Dinger noch drin. Also er versucht, sich neu zu erfinden und nicht alles gleich zu machen. Er ist ja immer sehr viel beschäftigt. Er ist irgendwie Regisseur, Drehbuchautor, ab und zu spielt er auch noch mit. Also er macht eh alles. Ja, er hat ja anscheinend eher als Schauspieler mal begonnen. Wenn ich meine Vita so lese und hat jetzt quasi den Absprung geschafft und ist eher hinter der Kamera. Ja, aber er hat es dann irgendwie geschafft. Er hat da irgendwie eine Lücke entdeckt, weil es so lauter Ableger-Sedien gibt. Also muss man auch erst mal hinbekommen. Ja, ich meine, man muss die Kuh melden. Es funktioniert ja, wie man uns beiden sieht. Ja, genau. So, jetzt haben wir genug drumherum schwadroniert. Theresia, willst du uns mal kurz die Grundstory für alle, die Yellowstone gar nicht kennen und vielleicht angucken wollen, mal erklären, was es überhaupt so geht in der Hauptserie Yellowstone? Okay, ich schade, dass ich es einigermaßen gut zusammenbekomme. Also in der Hauptserie Yellowstone geht es um die Familie Dutton. Oberhaupt ist eben John Dutton, der Dritte, glaube ich, ist er. Gespielt eben von Kevin Costner. Er ist ja quasi das Oberhaupt der Familie. Sie haben eine wahnsinnig große Range in, ich glaube, Montana ist es, die sie auch behalten und verteidigen wollen. Haben eben Viehzucht und Pferden und so weiter, haben sehr viele Angestellte. Und er hat auch drei Kinder, ne, drei Söhne und eine Tochter, so rum. Und ja, er platziert die schon auch alle immer so, wie er es eben gerne hätte. Also der älteste Sohn soll natürlich sein Nachfolger auf der Range werden. Der andere Sohn ist Anwalt, der natürlich dann am besten immer seine Interessen und die Interessen der Range vertreten soll. Und ja, sie müssen sich natürlich sehr vielen Gegnern erwehren. Es gibt immer wieder Leute oder Firmen, die eben das Land aufkaufen wollen. Sei es jetzt die Indianer, die im Reservat sind, die sagen, naja, es war alles mal unser Land. Oder irgendwelche Bauherren, die da dann irgendwelche Skiresource bauen wollen und errichten wollen. Und dagegen gehen sie halt immer an. Und das auch nicht immer mit legalen und harmlosen Mitteln. Also wird schon auch mal so der ein oder andere ungelebte Gegner auch mal so um die Ecke gebracht. Ins Nirvana geschickt quasi. Ja, dann wird über die Grenze befördert. Oder verschwindet einfach. Ja, genau. Ist halt immer noch nicht mehr da. Also man sieht, es ist eine große Familie. Anfangs, als ich so angefangen habe, sie zu gucken. Wir können ja mal so ein bisschen so in Staffel 1, in denen ja auch die meisten Figuren eingeführt werden, einsteigen. Wir, keine Angst, liebe Zuhörer, wir werden jetzt nicht groß spoilern. Ihr könnt die Serie hinterher immer noch gut genießen. Es wird natürlich, es fängt an, dass wir nach und nach die Familie so ein bisschen kennenlernen und die Strukturen in der Familie. Und anfangs dachte ich erst so, was ist das? Also es hat mich schon stark an irgendwie so mafiaähnliche Strukturen erinnert. Man hat den Anwalt der Familie, der natürlich dann versuchen muss, alles, was so läuft und nicht so in der Grauzone oder nicht ganz so legal ist, zu verschleiern und ins rechte Licht zu rücken. Dann hat man natürlich den Patre schlechthin, Kevin Kostner als John Dutton, der überall die Fäden in der Hand hält und der auch politische Macht hat, weil er ein Viehzüchter, Ranger-Verein, irgendwas ist. Oh, das ist ja auch noch ein Thema, da möchte ich auch noch drüber reden. Ja, dass solche Bundesbehörde wirklich wichtig ist. Ja, genau. Das war für mich da ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich musste mich da erstmal darauf einstellen, weil es ja schon auch immer krasser wird von den Feindsehnlichkeiten aller Parteien gegeneinander, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das so ernst nehmen kann, ob das tatsächlich so realistisch ist. Weil Tyler Sheridan versucht das ja schon so als sehr realistisch zu verkaufen. Ja. Also so war das zumindest mein Eindruck. Allein schon, wie es gefilmt wird. Also Humor sucht man lange vergebens in der Serie. Es ist wirklich sehr schwer, sehr pathetisch. Man hat viele, und deswegen dachte ich auch anfangs, dass Kevin Costner ganz klar da die Zügel in der Hand hat, beide Serien gestaltet hat, viele Pferdeszenen, viele Reitszenen. Es werden Kühe gefangen und Ganze in die Prärie geschickt. Und also man kriegt auch so ein bisschen das Farmleben mit, das große, übergroße Massentierfarmwesen mit. Und gleichzeitig hat man dann diese Story und oder ist ja schon, der ist ja, also John Dutton ist ja schon fast paranoid. Also er möchte ja auf, kein Zentimeter Land möchte er ja quasi abgeben und es ist wirklich so, da muss man sich darauf einlassen, auch auf dieses amerikanische Ding. Geh von meinem Land runter oder ich erschieße dich. Also, dass der Postbote noch Post bringen darf, das ist schon wirklich, also der hat echt Glück. Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, die sind schon knallhart. Und andererseits kann ich es auch nachvollziehen, dass die jetzt da nicht irgendwie so ein Luxusressort hinbauen wollen und noch irgendwelche Skilifte, damit da irgendwelche Touristen kommen und hier Skifahren können. Das finde ich, da bin ich schon fast wieder auf seiner Seite, dass er sagt, nee, das will er verhindern. Aber ja, in anderen Sachen denke ich mir, nee, sei doch nicht so engstirnig. Und man merkt schon klar auch hier so die Hierarchien in dem Laden. Also es gibt ja quasi dieses, so jetzt mal Herrenhaus, wo halt die Familie wohnt. Dann gibt es halt so das Haus, wo der oberste Vorarbeiter wohnt. Und dann gibt es halt noch so quasi die Baracken, wo ja dann die Ranch Angestellten sind. Und du bist halt da in einer Familie. Also es gibt schon so eine Art Familienzusammenhalt. Aber sagen wir es mal so, so ziemlich alle Figuren in dieser Familie sind irgendwie kaputt. Ja. Und es ist auch eine sehr angespannte Situation. Ich glaube, es gibt halt immer so einen großen Abendessenstisch und ich habe das Gefühl, da wird nie Abend gegessen, weil bevor die nicht zum Abendessen kommen, wird immer gestritten und irgendwer geht. Es hat nicht so die Lindenstraßen-Gedülle am Abendtisch. Genau. Es ist wirklich nicht so Friede, Freude und Kuchen, weil halt wirklich so die Familienbande zwischeneinander sind, sehr, sehr angespannt. Und vor allen Dingen zwischen den beiden Kindern Beth und Jamie, da ist irgendwas vorgefallen, was man auch erst viel später erfährt. Und man dann so ein bisschen Beth nachvollziehen kann. Aber Beth ist halt auch so, die bohrt schon halt auch immer gern nach. Die kann es halt auch nicht irgendwie mal auf manches auf sich beruhen lassen, sondern die ist auch einige, die gern stichelt und zündelt. Ja. Es ist schwierig dort. Und das erfährt man ja relativ direkt am Anfang, warum die Familie so ein bisschen auseinander driftet. Liegt einfach daran, dass John Dutton seine Frau verloren hat. Also es gibt quasi so dieses Zusammenhalt. Die gute Seele in der Familie ist verstorben. Man sieht sie später so ein bisschen in so ein paar Rückblenden. Aber das ist so, woran die alle zu knabbern haben. Die liebe Mama, die alles zusammengehalten hat, die ist nicht mehr dabei. Und John Dutton ist halt nicht so fähig, gleiche Empathie für seine Kinder aufzubringen, wie das die Mutter geschafft hat. Wobei die Mutter auch jetzt, wie man in den Rückblicken sieht, jetzt durchaus auch ein strenges Regiment geführt hat. Ja, die hat da schon auch immer so Ansagen rausgehauen und in die Kinder quasi gedrillt. Das ist das falsche Wort, da wurden die Kinder angetrieben oder konnte halt nichts damit anfangen, wenn sie halt eher so weinerlich waren, sagen wir es mal so. Jetzt gibt es im Internet auch so einen kleinen Vergleich und das heißt auch etwas, was mich an der Serie so ein bisschen gestört hat. Ja, sie kommen einen Reich rüber. Also die Dutton-Familie ist auf jeden Fall reich. Das macht ja das Land schon aus. Im Internet gibt es so fiktive Zahlen, was die Ranch wert wäre. Okay. Das war 8 Milliarden Dollar. Wow. Aber nach 8 Milliarden Dollar schaut die Familie nicht aus. Nee. Also so benimmt sie sich zumindest nicht. Nee, ich glaube, sie haben zwar immer mal wieder irgendwie so einen Helikopter, weil die dann irgendwo in die Stadt fliegen oder in die Hauptstadt fliegen müssen, weil vorne einfach zu lang ist oder zu weit ist. Aber dass da jetzt jeder irgendwie mordsmäßig mit Geld um sich wirft, das Gefühl habe ich jetzt da auch nicht. Ja. Ja, also sie kämpfen ja ständig da um ihr Land. Das macht sie natürlich nicht alleine. Wir haben noch viele weitere gute, schöne Charaktere, die aufgebaut werden, auch über mehrere Staffeln hinweg. Und einer, der sich zum absoluten Liebling herauskristallisiert hat, das ist so eine Art Ziehsohn von John Dutton, der Ober-Cowboy-Chef. Und das ist Rip Vila, gespielt von Cole Hauser. Und ich muss sagen, ich habe den auch richtig in mein Herz geschlossen. Ich auch. Und das, obwohl er wirklich nicht die netteste Person ist. Aber wenn er dann mal wieder so herzliche Momente hat, dann finde ich halt echt super. Aber er ist auch mein heimlicher Favorite in dieser Serie. Er ist auf jeden Fall der Mann fürs Grobe. Das erinnert auch wieder so typisch an so Mafia-Filme. Das gibt dann immer einen, der erledigt die Drecksarbeit. Der fragt nicht lange. Der sagt auch zu deinem Chef, willst du wirklich wissen, was ich getan habe? Und der Chef, nee, ist glaube ich besser, wenn du es nicht weißt. So in der Art geht der dann mit den Herausforderungen um, der liebe Rip. Und er hat natürlich als Chef der Cowboys so ein paar Privilegien. Dafür in seinem eigenen Haus wohnen. Alle anderen wohnen in einer so einer Baracke. Entweder. Und da gibt es auch so ein paar, die quasi von Anfang an dabei sind. Da gibt es einmal, und der kriegt später auch eine größere Rolle, der Jimmy, gespielt von Jefferson White. Das wird auch so, ich glaube, den haben sie einfach auch nicht rausgeschrieben, weil er zu so einem Publikumsliebling geworden ist. Ja, aber stimmt. Aber ist er bei mir ja auch. Also ich mag den auch. Jetzt kriegt er da sogar auch mit so seine eigene Ableger-Serie so ein bisschen. Das ist halt so ein, Jimmy ist halt so ein Problemkind. Und sein Opa schickt ihn halt da hin, so quasi macht aus dem halt irgendwie so einen Arbeiter und Cowboy. Und der Maus setzt sich dann quasi auch intern so ein bisschen hoch. Der wird dann am Anfang eben auch so belächelt, aber er weiß sich dann irgendwie, hat dann so ein bisschen so ein Geschick für Rodeos. Es geht dann ja auch immer ums Rodeoreiten oder irgendwelche Prüfungen, wo man beim Rodeo machen kann. Womit sich halt dann die Cowboys auf Geld verdienen noch zusätzlich. Und da hat er dann schon so ein bisschen, er erlebt da schon so einen Status und so ein bisschen Höhenflug. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Er ist, deswegen gefällt er mir so gut. Denn wenn ich etwas auch der Yellowstone-Serie vorwerfen möchte, ist es, die Charakterentwicklung ist nicht immer so nachvollziehbar oder ist manchmal auch gar nicht vorhanden einfach. Die sind von Anfang an böse oder irgendwie durchtrieben und das bleiben sie einfach. Da ist nicht viel Raum, dass sie sich großartig weiterentwickelt. Bei Beth, da hatten die Tochter, da gibt es so ein Auf und Ab so ein bisschen. Alle anderen entwickeln sich sehr geradlinig. Und der Jimmy, der macht eigentlich durch die ganzen Staffeln weg, wenn man so möchte, eigentlich die meiste Entwicklung durch. Er fängt so als der Trottel an. Dann ist er der gutmütige Trottel. Und ja, aber er macht dann, aber man fiebert so ein bisschen mit ihm mit, weil alle erziehen ihn, alle Cowboys, die es so gibt. Auch der Lloyd, der da ist, der ist so das gute Herz dieser Cowboy-Familie. Das ist dieser Ältere, gespielt von Forrey J. Smith. Der hat ihn ja auch so ein bisschen so an die Brust genommen und versucht so ein bisschen so Mentormäßig Jimmy zu erziehen und ihn aufzubauen und deckt ihn auch und so, wenn er mal ein bisschen Scheiße gebaut hat oder wieder was verbockt hat. Am Anfang ja so ein bisschen so, mit Jimmy kommt quasi so ein bisschen der Humor in die Serie rein, weil er ist ja teilweise schon auch so ein bisschen der Cowboy-Clown anfangs. Er kann nicht reiten, er kann mit dem Lassen und nicht umgehen, er kann dieses und jenes nicht. Aber er ist, das ist ja auch so ein Merkmal dieser Yellowstone Ranch, für immer und ewig an die Ranch gebunden, weil er trägt das Brandmal der Serie. Und deswegen ist er verschrieben der Dutton-Familie zum einen und natürlich der Ranch, es geht nicht, also alles nur für die Ranch. Ja, das ist quasi nochmal so ein innerer Kreis bei den Angestellten, wenn du dieses Brandzeichen hast, dann warst du aber auch irgendwie in den Sachen verwickelt, in die du lieber eben nicht weißt, was das sonst noch Sache ist. Und dann bist du halt aber quasi in diesen internen Kreis aufgenommen, ob du willst oder nicht. Ja, gibt es halt dann eben auch noch. Und ja, ich muss auch sagen, das ist der eine, und nochmal kurz zu Rip, weil er ist zwar der Mann fürs Grobe und er kann das auch sehr gut, also seine Statur. Und also Cole Hauser spielt das wirklich, finde ich, hervorragend. Also du hast wirklich Angst, wenn dich der nur anguckt. Ja. Und, aber der ist halt auch sehr loyal, weil John Dutton und der Familie auch sehr dankbar ist, dass die ihn aufgenommen haben. Es wird den Rückblenden auch erklärt, wie es dazu gekommen ist. Und ja, ich glaube, der ist halt wirklich eine treue Seele und der wird halt, glaube ich, wirklich sein Leben geben, um John Dutton und vor allen Dingen Beth und die Familie halt eben zu beschützen und zu verteidigen. Was man eben auch hoch anrechnen kann, finde ich. Von sich heraus einerseits wirklich so demütig dem John Dutton gegenüber oder der Familie gegenüber. Man merkt ihm das an, auch wenn er das nie so richtig ausspricht, dass er halt super dankbar ist dafür, dass er ja aus der, sagen wir mal, Gosse geholt worden ist als Kind und aufgenommen worden ist. Es gibt dann auch, glaube ich, so ein paar Rückblenden, wie es in seiner Vergangenheit gelaufen ist und warum, wie er dort gelandet ist auf dieser Ranch und wie er sich dort hochgearbeitet hat, wenn man so möchte. Und er hat tatsächlich John Dutton komplett in sein Herz geschlossen und möchte ihn natürlich irgendwie beschützen, wie es geht. Und Kevin Kostner, der über allem irgendwie thront und gleichzeitig auch nicht, denn das ist auch eine Überraschung der Serie für mich gewesen. So viel Screentime hat Kevin Kostner gar nicht unbedingt. Er ist zwar immer gedanklich ständig präsent, es wird über ihn geredet, es wird über seinen Kopf hinweg alles Mögliche geplant und verabredet von den Feinden, von den Kindern. Und wenn die Kinder streiten, dann geht es um ihn. Aber Kevin Kostner selber ist nicht in jeder Szene drin. Er hat natürlich anfangs, weil er das Zugpferd ist, ein bisschen mehr Screamtime. Das nimmt er aber nach und nach ab. Und das Problem haben wir ja jetzt in Staffel 5, warum es nicht weitergeht, weil Kevin Kostner ja anscheinend keine Lust mehr hat zu kommen. Und es wird da gestritten. Die einen sagen, der kommt ja eh nur für zwei Drehtage in der ganzen Staffel. Und selbst die will er jetzt nicht mehr machen. Und Kevin Kostner ist in der Serie, und das war die zweite Überraschung für mich, jetzt nicht so likable, weil er schon ein, teilweise, gerade am Anfang, später ändert er sich ein bisschen, aber er ist anfangs, war der für mich schon ein richtiger Arsch. Ja, definitiv. Er fordert schon sehr viel von seinen Kindern. Er wird dann ein bisschen weicher, wenn es dann eben um seinen Enkelsohn geht, dass er den regelmäßig sieht, weil das Verhältnis zu seinem jüngsten Sohn auch nicht so das Beste ist. Und es wird dann im Laufe der Zeit besser. Aber er ist schon wirklich nicht so der Sympathieträger. Und ich muss aber angestehen, also ich freue mich jetzt schon noch auf die fünfte Staffel, aber es gibt halt so viele andere Charaktere, die ich mag. Und aus meiner Sicht, es wird auch ohne Kevin Kostner funktionieren. Das glaube ich tatsächlich auch, aber ich finde es komisch, weil es ihnen jetzt mit den letzten Staffeln dann doch nochmal ein bisschen mehr eingebunden haben und ihnen jetzt auch so ein bisschen Charakterentwicklung mitgegeben haben, dass ich es dann auch komisch fände, wenn er von jetzt auf gleich dann irgendwie weg ist. Weil jetzt fängt er eigentlich an, eigentlich likable zu werden. Er wäre jetzt in der ersten Staffel, ich sag mal, gestorben, hätte mir das gar nichts ausgemacht tatsächlich. Ich hätte es spannend gefunden, wie sie dann die Nachfolge regeln. Aber das war natürlich klar, er ist der Hauptakt und alles um ihn herum wird da geplant und alles wird um ihn herum geschrieben. Und dass er dann halt noch so ein bisschen Entwicklung durchmacht, hätte ich dann tatsächlich auch so jetzt nicht erwartet. Und deswegen dachte ich auch, vielleicht war das, also aus der Sicht von Kevin Kostner, dass Kevin Kostner selber gesagt hat, hier, pass mal up, ich will da noch ein bisschen mehr machen und so. Jetzt mach ich mal ein bisschen beliebter. Und sie machen das dadurch, dass sein Sohn Casey, den es ja gibt, der mit einer Halb-Uhr-Einwohnerin verheiratet ist. Monika heißt sie, genau. Monika, genau. Einen Sohn hat und ja, wie es natürlich so kommt, die beiden, die ziehen dann irgendwann mit auf die Rentsch und Kevin Kostner in seinem Alter oder John Dutton entdeckt seine Großvater-Gefühle auf einmal und möchte das nachholen, was er bei seinen Kindern verpasst hat. Also ist jetzt nicht so. Ja, man muss auch sagen, das ist jetzt auch nicht so dann der Vorzeige-Opa schlechthin. Er ist immer noch so ein bisschen der Strenge, der dann halt wohl, dass sein Enkel so natürlich irgendwie reiten lernt und so weiter und halt auch mit der Farmarbeit betraut ist. Und ja, es war immer so, dass eben Casey halt Abstand von seiner Familie wollte und jetzt nicht unbedingt in dieses ganze Drama hineingesogen werden wollte, aber ja, kam halt dann auch wieder anders. Ich meine, wenn man schon dann auf die Rentsch zieht, ist man halt einfach auch wieder mit in dem Familientreiben gefangen. Genau, Casey ist auf jeden Fall auch ein großer Charakter, wird ja auch stark aufgebaut, schon ab Staffel 1. Der kriegt ja auch erstmal anfangs laufen die zwei Handlungsstränge so ein bisschen parallel, das wiederholt sich später in den Prequels, wenn man so möchte, auch nochmal. Und Casey, den merkt man halt auch, das ist auch so einer, der komplett, der will halt unabhängig sein von seiner Dattenfamilie. Also es scheint ihm so ein bisschen peinlich zu sein überhaupt, dass er ein Datten ist und entsagt allem Geld. Sie wohnen ja sehr ärmlich anfangs in so einem Wohnwagen, in so einer Ureinwohnersiedlung und er hat halt komplett abgeschworen. Und ich fand das dann auch ein bisschen, er kehrt ja dann zurück zu seiner Familie, ausschlaggebend dafür ist das, was seinem ältesten Bruder passiert ist. Und das fand ich dann anfangs auch, das ging mir so ein bisschen zu schnell dann, sein Wandel oder warum er sich dann entschieden hat. Und dann, also das war, die haben ihn so aufgebaut, so als, er ist jetzt der Gute sein, er ist ja wohl Kriegsveteran oder ehemaliger, ich weiß nicht, was war der, Scharfschütze? Navy Seal war dann, ja. Navy Seal, auf jeden Fall. Badass, richtiger Badass. Und mit Traumata natürlich und Albträumen in der Nacht und auch, also alles, also der Sheridan, der Tyler Sheridan, der schafft er schon ganz gut, die ganzen Klischees einzubauen. Und ohne, dass man ihm böse ist, weil ich im Grunde glaube, es sind sehr viele Klischees drin. Und so ist auch Casey, so ist er zumindest angelegt anfangs. Aber die Wandlung geht dann relativ schnell und das dann auch wieder ein bisschen unglaubwürdig. Ja, und zum Schluss übernimmt er, also es war irgendwie vorhersehbar, wo es dann heißt, ja, ich will mit meiner Familie nichts zu tun haben, war irgendwie mir schon klar, okay, es wird sich irgendwie mehr oder weniger ändern, ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig. Und der zum Schluss war ja dann auch hier, dort ja, zumindest, also es gibt wohl offensichtlich in den westlichen oder so, so Mittelamerika, wo es halt so ländlich ist, offensichtlich eine Viehbehörde. Eine Bundesviehbehörde, die ungefähr dort den Status hat, wie halt auch das FBI oder so. Ja. Wusste ich auch nicht. Ja, es gibt alles. Und wie sie gegründet worden ist oder anscheinend, das erfahren wir dann auch in den Prequels, wie sie entstanden ist. Das sind dann so kleine Fanservices, die dann später noch geboten werden. Dann haben wir noch ein Kind. Was ist das? Noch ein Dutton-Kind in der aktuellen Yellowstone-Serie und das ist Jamie Dutton. Also der Anwalt, über den haben wir ja schon geredet, der hat auch einen großen Part. Also die Kinder generell nehmen alle einen Part ein. Jamie Dutton und Beth Dutton können gar nicht miteinander. Also die hassen sich aufs Blut. Beth Dutton würde am liebsten Jamie wahrscheinlich umbringen wollen. Ja. Später finden wir da noch ein paar Sachen heraus über Jamies Familienangelegenheiten und Familienverhältnisse. Das führt dann nochmal weiter zu Verwerfungen und das ist so ein Auf und Ab seine Beziehung zu John Dutton. Mal ist er ein Liebeskind, mal wird er aus dem Haus geschmissen, dann kommt er rollmüdig zurück oder darf sich durch irgendeine Aktion wieder in die Familie einkaufen, wenn man so möchte. Ja, aber das sind auch so Dinge, diese Auf und Abs und Hin und Her und das ermüdet mich tatsächlich auch, weil es auch sehr repetitiv ist. Ja, was er bei Jamie ist, Jamie ist halt glaube ich, der will halt unbedingt seinem Vater gefallen. Und ist da halt immer so gefangen in dem, was er eigentlich will und was er für seinen Vater dann sein will. Die anderen Kinder sind halt einfach so, wie sie sind. Und er will sich glaube ich irgendwie so anbiedern. Und am Anfang hat er mir auch wirklich leid getan, weil Beth immer so gestickelt hat. Aber im Laufe der Zeit habe ich mir gedacht, ja, Jamie ist halt auch so wandelmütig, dann will er irgendwie seine Familie abstand und auch der Familie so etwas, sagen wir mal, ein bisschen schaden. Und dann will er sich aber dann so wieder entschuldigen und wieder mehr wieder Familienkontakt haben. Und man muss sagen, ich kann verstehen, warum Beth auf ihn sauer ist. Es wird in der dritten Staffel erklärt, was da vorgefallen ist. Und es war auch wirklich auch unter aller Kanone, was da gelaufen ist. Aber der ist wirklich irgendwie, ja, manchmal wirklich wie so ein windiger Aal, der sich dann immer so noch so sein Fähnchen danach richtet, von wem er gerade irgendwie halt dann sich Vorteile erhofft. Also in der Hinsicht kann ich mit den anderen Figuren immer besser connecten, weil die sind halt wirklich so straight, wie sie sind und, ja, drehen sich nicht so oft hin und her. Ja, Jamie Dutton ist so der Loki der Serie, wenn man das vergleichen möchte mit dem MCU. Und er hätte das gar nicht nötig, weil ich meine, Beth und Jamie haben irgendwie beide studiert und sind super schlau und können eigentlich sehr viel und Jamie ist ja auch nicht dumm. Der könnte locker sein eigenes Geld machen mit dem, was der kann. Und der könnte sich ja, so wie es Casey ja auch gemacht hat, sich einfach abkapseln und auch ein schönes Leben führen. Und ich habe mich ständig gefragt, warum tust du dir das an? Also sorry, wenn dein Daddy dich die ganze Zeit so anmodzt und anschreit und dir klipp und klar ins Gesicht sagt, sorry, Sohn, ich liebe dich nicht. Und ja, dann lasse ich es doch irgendwann bleiben und hau ab. Und er hätte ja, und vor allem manchmal denke ich mir, er ist auch irgendwie sauer auf die Falschen. Er hätte ja zum Beispiel allen Grund, sauer auf Rip Wheeler zu sein, der ja, sagen wir mal, eigentlich so seinen Platz einnimmt in John Duttons Leben. Warum ist der nicht sauer auf Rip Wheeler? Also dem kann er das irgendwie verzeihen, habe ich das Gefühl. Also da hat er ja ein relativ entspanntes Verhältnis mit dem, obwohl er ja ganz klar derjenige ist, der ihm den Platz wegnimmt. Ich glaube, da hat er einfach auch Angst, weil ich meine, Rip Wheeler kann, der haut es einmal zu und der ist weg. Ja, wobei, ich glaube, Rip würde das nicht tun, weil er schon loyal ist der ganzen Dattenfamilie gegenüber und er, glaube ich, er könnte sich dieser Rangfolge schon unterordnen. Das würde der tun, so würde ich ihn einschätzen. Ja, naja. Ist schwierig. Also, ja, man kann dafür hineininterpretieren. Und wie gesagt, die Familienverhältnisse intern sind mehr als angespannt. Aber es gibt dann auch wieder positive Sachen. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo eben die Frau von Casey beim Einkaufen gewesen ist in irgendeinem teuren Geschäft mit Klamotten. Und dann wurde die halt also, ja, sie ist Indianerin und sie kann sich das nicht leisten und sie wollte unbedingt irgendwas klauen und sie ruft jetzt einen Sheriff. Und dann kam eben Beth zufällig auch mit dazu, wo der Sheriff da war und die sich irgendwie schon halb entkleiden musste, um zu prüfen, ob nicht wirklich irgendwas geklaut wurde. Und man merkt, dass die Familie Datten da wirklich das Sagen hat oder vor allen Dingen auch alle vor Beth Angst haben, weil die hat einfach mal die Verkäuferin, mit der sie anscheinend gut befreundet ist, einfach mal auch sehr böse angeguckt und dann war alles wieder gut. Also da sind dann schon auch wieder von jedem Mitglied auch positive Sachen da. Alle haben schon auch irgendwie ein gutes Herz, auch wenn sie es immer nicht zeigen können, weil einfach so viele andere Sachen, weil sie so viel erlebt und durchgemacht haben, was dann meistens halt einfach zum Vorschein kommt. Es geht halt viel um Verschwörung und Intrigen. Da erinnert die Serie dann auch wieder stark so an House of Cards. Und da gibt es viele Badass-Momente irgendwie, wo sie dann irgendwas geichseln und dann doch noch aus einer unauswegbaren Situation herauskommen. Und so geht das halt Staffel für Staffel. Und das Einzige, was immer gefährlicher wird, ist natürlich der neue Feind in der nächsten Staffel. Der wird immer größer, immer mächtiger. Und ja, am Ende schafft es dann die Familie Datten, sich trotzdem immer irgendwie raus, hinaus zu lavieren. Dann hat man sich jetzt in der letzten Staffel, in der vierten, so ein bisschen Erholung gegönnt, indem man diese Side-Story hatte da eben mit Jimmy, der in den Four Sixes kommt. ist das, kommt, also auf einmal nach Texas, wird er nach Texas ausgeliehen, wie so ein Fußballspieler zu einer anderen Ranch ausgeliehen und kann dort ja ein bisschen auch sein Handwerk lernen. Das fand ich schon ganz witzig. Das waren mir dann fast schon so ein bisschen zu viele romantische, im Sonnenuntergang reitende Cowboys. Aber ja, es stimmt, aber ich finde es auch interessant, es wird schon auch sehr viel Fokus eben auf diese Ranch und diese Fahrarbeit und das Arbeiten mit den Tieren gelegt. Du siehst da immer mal wieder so Rodeo-Sachen, was man quasi mit den ganzen Praktiken, was man beim Rodeo gibt, die ganzen, wie soll ich sagen, die Kategorie ist das falsche Wort, die ganzen, Gott, mir fällt das richtig geworden, ey. Also was man halt alles beim Rodeo, was es alles für Übungen gibt, sag ich jetzt einmal. Ob man jetzt ein Fan vom Rodeo ist, weiß ich nicht. Also hat ja auch positive und negative Seiten, aber fand ich halt auch ganz interessant, dass das halt so gezeigt worden ist. Ja, und das ist, glaube ich, das macht es auch aus, warum die Serie so erfolgreich ist, weil sie ist schon ganz klar an ein konservatives Publikum, finde ich, gerichtet, auch wenn es viele Themen anspricht, mit denen sich Konservative wahrscheinlich jetzt nicht so wohlfühlen würden, weil sie versucht ja schon so ein bisschen ausgeglichen zu sein. Gerade in der ersten Staffel, in dem in Anführungsstrichen der Feind der Dattens die Ureinwohner sind, die ihr Land quasi zurück wollen, versucht man das schon ausgeglichen zu erzählen. Also für den Zuschauer ist das schon nachvollziehbar, warum dieser Oberhäuptling versucht, ein bisschen Land abzuzwacken. Und das auch mit Begründungen, wo ich sagen würde, ja, eigentlich hat er ja recht. Die haben eh so viel und so. Da tut das jetzt nicht so viel zur Sache. Und man sieht ja, in welchen Verhältnissen die dort alle leben und wie es denen geht und was denen vorenthalten wird. Das heißt, hier ist es noch relativ grau alles von den Verhältnissen, Dattens und Gegenspieler. Da weiß man nicht so ganz, wer ist jetzt hier gut, wer ist jetzt hier böse. Da ist das noch alles sehr zwielichtig. Das nimmt mit dem Verlauf der weiteren Staffeln ab. Da wird das schon immer klarer. Natürlich bleibt die Dattensfamilie weiterhin stark zwielichtig. So wie bei der Pate quasi. Man weiß, die sind keine Kostverächter, wenn es um Gesetzesbrüche geht. Aber sie sind ganz klar dann für den Zuschauer die Sympathieträger. Weil die Feinde sind dann irgendwelche Heuschreckenfonds. Was auch immer. Irgendwas für Dinge, womit der kleine Mann in Amerika auch zu kämpfen hat, wenn er sein Haus abzubezahlen hat. Und hier ist es dann halt in etwas größeren Dimensionen. Fand ich dann ein bisschen schade, dass es in so eine Richtung sich entwickelt hat. Ja, also ich weiß nicht mehr. Das war glaube ich in der zweiten, wo ich mir gedacht habe, ja klar, der Feind ist da und ich verstehe, dass der Feind ist. Und die waren auch wirklich nicht sehr sympathisch. Aber ich finde, es hat sich dann alles sehr, sehr schnell immer hochgeschabelt. Die haben sich einmal dann irgendwie wussten voneinander. Dann haben sie sich ein, zweimal getroffen, gesprochen. Und dann war es gleich so, ja, wenn du das nicht tust, was ich sage, dann bringe ich dich um. Oder eben über dein Kind und ich so. Wieso es passiert das so schnell? Ja, genau. Ja, das erinnerte mich dann auch immer so an, ich weiß nicht, ob du die Serie Suits kennst, diese Anwaltsserie. Ja. Da fährt der ja auch den, der macht ja nichts anderes, wie die ganze Zeit umherzufahren, um irgendwelche Akten abzugeben. Und so wirkt das. Also die treffen sich kurz, übergibt eine Akte oder schmeißt ihnen irgendeine Beleidigung an den Kopf, fährt wieder. Und dachte mir, die Zeit hätte ich gar nicht, überall hinzufahren. Für den einen Satz, telefoniert doch einfach und dann schreibt doch eine E-Mail. Ja. Aber da hat mich das so ein bisschen erinnert, das fand ich dann auch lächerlich. Ja, also man darf es nicht wirklich so ernst nehmen, wie es ist, aber irgendwie war es dann doch immer sehr unterhaltsam. Ich meine, es sind ja dann irgendwie pro Staffel immer nur zehn oder acht Folgen, da muss man halt dann einfach die Geschichte schneller abhandeln und dann ist es halt einfach mal so, dass ein falscher Satz ausreicht und das ganze Ding eskaliert halt in einem Maß, wo du denkst, das ist jetzt ein bisschen unrealistisch. Ja. Aber ja, nichtsdestotrotz, es sind halt sehr viele interessante Figuren dabei und ich freue mich jetzt auf die E-Mail. Wahrscheinlich letzte Staffel. Genau, die letzte Staffel in dem Setting zumindest. Also wir haben ja schon gesagt, Kevin Kostner hat keine Lust mehr, hat ein anderes großes Projekt, scheint auch irgendwie ein Western-Projekt zu sein. Ja, ich habe halt auch gehört, also anscheinend hat er sich halt eher, also ich muss es auch wieder sagen, es hat es du mir erzählt, also von daher ist es auch wieder hören, weil es war so, dass Kevin Kostner durchaus ein paar Allüren auch an den Tag gelegt hat und da immer wieder am Drehbuch auch mit rumwerkeln wollte und mitsprachgerecht gefordert hat und mit eigenen Ideen kam und eben noch dieses Nebenprojekt hatte. Also da gab es, glaube ich, im Hintergrund einiges an Schwierigkeiten zwischen Darsteller und Tyler Sheridan. Ja, ich bin gespannt, wie sie es hinkriegen. Vielleicht hatten sie jetzt auch Glück da durch die ganzen Streiks in Hollywood, dass sie noch eh eine Ausrede hatten, um das zu verschieben. In der fünften, also die erste Hälfte der fünften Staffel ist ja schon draußen, man kann die auch in Deutschland schon gucken. Wir warten eben auf die zweite Hälfte der fünften Staffel. Ich habe die fünfte Staffel erst gar nicht angefangen, weil ich das nicht mag, wenn die nicht komplett ist. Ja, ich habe auch nicht angefangen. Wie es weitergeht, weil es könnte sein, dass er tatsächlich jetzt nicht mehr wiederkommt und dann werden sie ihn irgendwie mit irgendeiner veranscheidigen Begründung von jetzt auf gleich da rausschreiben. Naja, aber es ist ja schon klar, es wird weitergehen, aber ohne Kevin Costner dann in der sechsten Staffel. Es kann sein, dass das so eine Art Mini-Reboard wird oder die wollen dann irgendwie, Matthew McConaughey war dann im Gespräch, dass er dann der neue Showrunner, also der neue Kopf wird, der das Ganze zieht. Ich weiß nicht, ob das dann immer noch auf der Yellowstone stattfinden wird oder irgendwie außerhalb. Das habe ich irgendwo gelesen, habe ich schon wieder vergessen. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Wir sind auf jeden Fall immer drangeblieben und ich war überrascht, dass dann auch noch Prequel-Serien kamen und auf die wollen wir jetzt mal zu sprechen kommen. Und die haben zumindest bei den Fans, bei den Hardcore-Fans, noch mal drastischer eingeschlagen, als die Hauptserie Yellowstone schlechthin. Und die war ganz lange Zeit auf meiner Watchliste und für diesen Cast habe ich beide Serien so schnell durchgebincht, wie schon lange keine andere Serie mehr. Ja, ich habe ja auch dann die erste angefangen mit, es war dann 1883, also jetzt bewegen wir uns in Jahreszahlen. Es gibt da ja nur eine Staffel, also ich war ein sehr großer Fan von 1883, 1923 habe ich noch so meine Schwierigkeiten, aber 1883, ich habe es geliebt. Ich weiß nicht wieso, aber da habe ich wirklich auch das auch sehr schnell weggewünscht, wie man so Neudeutsch sagt. Genau, also 1883, da geht es darum, dass wir einen Track verfolgen, der unterwegs ist, in den wilden Westen, also noch in den richtigen wilden Westen, die sind da unterwegs. und die wollen, glaube ich, von Texas, die wollen von Texas eben hoch nach Colorado und es ist, glaube ich, ein Track, der besteht aus Europäern, also aus irgendwie Skandinavien und Deutschen, wenn ich es richtig im Kopf habe und die haben eben so einen Trapper engagiert, das gespielt von Sam Elliott, ich weiß gerade den Rollennamen nicht und der soll die dann eben von Texas bis nach Colorado hoch begleiten, was eben zu damaligen Zeiten heißt, es ist einfach querfeldein durch Felder und Wiesen und Wälder durch, du hast keine Straßen, keine Städte, keine Verpflegungsmöglichkeit, also es erfordert einiges an Planung, weil du bist eben da auch nicht in zwei Tagen, sondern in zwei Monaten. Mhm, ja. Ich fand das auch super spannend oder, naja, also ich fand das interessant. Genau. Ja. Weil es ist total untypisch. es gibt, wenn man es nicht wüsste, äh, findet man auch gar keine Verbindung zu der Hauptserie Yellowstone. Ja. Weil es, also klar, irgendeiner heißt da Dutton, aber das war es auch schon und der Rest der Serie ist so komplett anders wie Yellowstone, außer, äh, den Menschen, den man einfach lieben muss auch wieder. Ja. Und der Rest... Und es hat leider auch funktioniert. Ja. Es funktioniert bei mir, ich gebe es zu. Hat bei mir auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich hätte auch tatsächlich von ihm dann auch gerne noch mehr gesehen. Ähm, und, aber es ist generell so, die ganze Situation und ich finde die Serie tatsächlich auch so ein bisschen realistischer als Yellowstone von dem Verhalten her, weil wir uns jetzt eben tatsächlich im Wilden Westen bewegen und wir wissen alle, im Wilden Westen, da konnte alles passieren und es wurde alles mit Waffengewalt gelöst. Das haben uns die alten Cowboy- und Indianer-Filme ja schon zur Genüge gezeigt, wie gefährlich es da war. Und deswegen war man da und das wird ja in der Serie auch gezeigt, dass wir jederzeit, also die sterben ja dann weg wie die fliegen, der Dreck wird immer kleiner und kleiner, so dass ja, ich frage mich, ob überhaupt einer angekommen ist am Schluss. Eben wenige. Also es ist halt wirklich interessant, wie du das, also wie rigoros das halt ist. Also da gibt es ja dann die Szenen, wenn die da durch die Flüsse fahren, wo halt kein, mit diesem Planwagen und das sind halt keine Brücken und dann musst du halt gucken, dass du halt nicht zu schwer bist. Also wird halt dann nochmal die Schrankwand von der Oma mitten in der Prärie stehen gelassen. Oder das Klavier. Oder das Klavier. Und, oder, wo es dann auch mal darum ging, ja, Verpflegung. Dann haben die sich nochmal eine Rinderhähre gekauft, damit halt auch immer irgendwie Fleisch mit dabei ist. Dann bräuchten die noch einen Koch, weil, wie wir erfahren haben, die Deutschen zu viel essen. Es muss alles halt eben portioniert werden, weil eben die Vorräte halt auch nicht ewig reichen. Und es nicht ständig irgendwelche Service-Stationen gibt, wo man sich eben mit Verpflegung nachkaufen kann. Das fand ich halt wirklich sehr interessant, dieses, also wirklich so, ja klar, so muss es damals halt irgendwie vonstatten gegangen sein, dass du halt von Punkt A nach Punkt B bist. Und das war halt dann auch noch so mitten Indianerland, da muss ich dann auch noch aufpassen, dass die Indianer oder sonst würde ich nicht überfällt. Fand ich eben sehr spannend. Und eben diesen Track, jetzt nochmal kurz, um den Schlenkerer zu Yellowstone hinzubekommen, schließt sich eben James Dutton mit seiner Frau und seinen zwei Kindern an. Und das ist dann quasi so dieser, diese Geschichte, wie kommen die Duttons nach Colorado, so quasi, die wollen da hin und wollen sich da halt Land organisieren und wie man weiß, dann später in Yellowstone ist das halt ziemlich erfolgreich geworden irgendwann. Genau. Was, was ich jetzt schwierig fand an dieser Serie ist diese Naivität dieser Deutschen, Skandinavier, Holländer, was auch immer sie sein mögen, mit der sie aufbrechen. Das war mir schon fast ein bisschen zu dumm geschrieben. Ich dachte mir, so dumm kann man nicht sein. oder wie fandest du das? Dass wir wieder so schlimm dargestellt wurden als wir Europäer oder wir Deutschen. Ja, auch diese Regeln, also diese religiösen Regeln, die sie sich anscheinend selber auferlegt hatten, fand ich dann auch irgendwie komisch. Also man geht ja nicht in eine neue Welt und nimmt aber alles Alte irgendwie mit. Also das fand ich alles ein bisschen schwierig. Und ich fand das, also aber ansonsten fand ich diese Dynamik gut. Ich habe das komplett verstanden. Also diese, es wurde am Anfang mehr oder minder so eine Art Anführer gewählt, dieser Gruppe. Inwie? Und das ist halt dann einfach der, der die Sprache kann. Das habe ich nachvollziehen können. Aber er war auch dann, er hatte, er war dann aber auch nicht manns genug, wenn man so möchte, dann tatsächlich so die, die Führung oder die Leitung der Gruppe zu übernehmen. Er war halt nicht so eine Anführerfigur, obwohl er aber schon die Statur dazu gehabt hätte. Ja, definitiv. Und das hat auch wieder nicht so gepasst. Ja. Ja, ähm, gebe ich dir recht, war, also der konnte sich halt gegen, ja, es war halt wirklich so, er ist halt in diese Rolle gewählt worden, weil er halt quasi die englische Sprache gekonnt hat, weil er sich, weil er der Einzige war, der sich eben mit dem, mit dem, mit seinem Elliot und mit seinem Kollegen eben austauschen konnte. Ähm, wie gesagt, nichtsdestotrotz, habe ich die Serie wahnsinnig verschlungen, weil ich das halt eben diesen Track eben so spannend fand und ich mir auch gedacht habe, okay, wer wird es denn anders schaffen oder wie viele kommen denn wirklich jetzt da an, wo sie hinwollen und, ähm, ich wollte es ja auch schon sagen, ein großes Manko hat für mich diese Serie. Ja, ich wollte auch darauf zurückkommen, dann sage ich sie. Es gibt in dieser Serie ein Voice-Over. Dieses Voice-Over ist gesprochen quasi von der Tochter von James Dutton. die Tochter heißt Elsa, ähm, ist irgendwie so 15, 16 Jahre, also wird es quasi auf dem Weg zur Frau und die begleitet den Track eben auch und von ihr wird immer dieses Voice-Over gesprochen und das ist das nervigste, was ich seit langem in irgendeiner Serie gesehen oder gehört habe. Weil es halt auch echt viele Voice-Overs sind. Ja. Das erinnert auch so ein bisschen an unsere kleine Farm, ne, wenn sie auch sie im Tagebuch liest und dann ja auch alles erzählt, was so passiert. Das ist halt wirklich weil sie so, sie will immer tiefgrünig sein, aber im Grunde nervt es irgendwie nur und das ist wirklich immer am Anfang der Folge und so gegen Ende wird dann nochmal so in ruhiger und so im Sonnenuntergang im Hintergrund und dann hörst du dieses Voice-Over, wie sie sinniert, ja, in der Prädie kann so viel, ist es sehr gefährlich und so weiter und es ist halt, ich fand es so lächerlich und es hat mich glaube ich am Ende der ersten Folge schon gestört und genervt. Es schwingt da einfach sehr viel schwermütiger Pathos mit und das ist tatsächlich, das muss man abkönnen, weil das, weil sonst, man kann da manchmal tatsächlich auch so ein bisschen lachen, also das ist dann so deplatziert manchmal, dass man wirklich fast denkt, ja, ist gut, Mädel. Wir haben es ja verstanden. Sie wählen das wahrscheinlich, weil die, es gibt auch hier nur zehn Folgen und der Track, es gibt viele, es gibt dann schon so ein paar Zeitsprünge und dadurch versucht man das ein bisschen zu kompensieren, weil man natürlich jetzt nicht jeden einzelnen Tag das Track zeigen kann, was so passiert und, aber trotzdem, sie haben es da schon übertrieben, also. Ja, aber es spricht dann trotzdem auch wieder für die Qualität der, dem Rest von der Serie, weil, wie gesagt, das hat mich schon am Ende der ersten Folge genervt, aber ich habe die zehn Folgen durchgesehen, also es spricht schon für die Qualität vom Rest. Ja. Und ich, ich sehe einfach auch wahnsinnig gern einen, einen mürrischen, in seinen Schnauzbart murmelnden Sam Elliott. Mhm. Ja, der trägt die Serie auch ganz gut. Anfangs, als ich die Serie noch nicht kannte und er ja auf jedem Cover war, dachte ich immer, er wäre irgendwie der Ur-Ur-Großvater von John Dutton, aber er hat ja gar nichts zu tun mit den Duttons. Ja, das habe ich auch gedacht, dass der halt irgendwie auch so ein Vorvater eben von John Dutton ist, aber, ja, ist dem nicht so. Ich habe gedacht, das ist aber sehr komisch, aber, ja, also von mir jedenfalls eine sehr große Empfehlung. Wie gesagt, die Serie kann man auch sehen, ohne dass man sich bei Yellowstone eben auskennt, wenn man jetzt nur die 1883-Serie sehen will. Also das geht problemlos, ohne die Serie Yellowstone zu kennen. Die steht super für sich alleine. Ich fand das gut. Ich finde es auch gut, dass da keine zweite Staffel jetzt in dem Sinne kommt, wobei man ja 1923, ist ja jetzt nicht so weit weg von 1883, ja schon auch so ein bisschen, ist natürlich die Fortsetzung davon, auch wenn es ein etwas größerer Zeitsprung ist. Aber 1883 funktioniert echt super alleine, so als Western-Serie, so als kleine Mini-Serie. Ja. Es gibt auch den einen oder anderen netten, was heißt es mal, Kameo oder Gastauftritt von Hollywoodstars, was sich der gefreut hat. Hätte ich jetzt zwar nicht gebraucht, aber den in der zweiten Folge, ich so, ich kenne den, ich kenne dich doch. Ich will jetzt einfach nicht zu viel verraten, aber fand ich sehr lustig. Und auch, ich glaube zum Schluss kommt noch ein, ja, es ist kein großer Hollywoodstar, aber kennt man halt trotzdem vom Szenen her und der spielt dann auch noch mal so ein Indianer-Höpfling, was ich auch sehr schön fand. Ja. Da haben sie sich echt Mühe gegeben, sie ist auch gut produziert, also es sind keine Pappbäume, die da in der Pril rumstehen, sondern sie haben auch super Kameraarbeit, die Musik fand ich an sich auch ganz gut. also das ist schon eine teure Produktion. Ja. Also das ist schon Hochglanz-Serie, fast schon wieder eine gute HBO-Serie, wenn man das so vergleichen möchte und das als Gradmesser rannimmt. Ja, also 1883 als Prequel hat gut funktioniert, erzählt einen jetzt nicht viel über das, was bei Yellowstone später dann eben passiert, aber das, genau das ist ja gerade das Gute. und dann würde ich sagen, haben wir 1883 auch abgehandelt, oder? Würde ich sagen. Und steigen dann ein zu der zweiten Prequel-Serie, die mich dann natürlich wieder mit dem Hauptdarsteller komplett gecatcht hat, also weil das ja auch jetzt nicht so alltäglich ist, dass Harrison Ford in einer Serie mitspielt. 1923 spielt Harrison Ford mit Helen Mirren ja die Hauptrolle und sie sind auf dem Cover drauf und das schaut schon richtig gut aus. Ja. Und ja, auch direkt, dass man fängt die Serie an und hat gerade 1883 beendet und was erwischt uns dann sofort wieder, wenn wir die Serie anfangen? Elsa's Voice-Over und ich dachte, nein! Elsa, da ist sie wieder und quatscht uns weiterhin voll. Aber man muss sagen, es ist nicht mehr so viel wie, es ist nicht in jeder Folge, es ist nicht am Anfang und am Ende, es ist wirklich nicht so viel wie bei 1883, was ich sehr gut finde. Und ich, also, nach dem Ende von 1883 war ich echt überrascht, dass es überhaupt so ist. Aber gut, ich will mich vorgreifen. und um es auch Stammbaum technisch einzuordnen, also, Harrison Ford spielt Jacob Dutton und ist quasi der Bruder von James Dutton, den wir eben bei 1883 kennengelernt haben. Und quasi mit James Dutton und, also, das wird jetzt, also, wenn man die erste Folge von, oder wenn man am Ende von Yellowstone ist, nee, am Ende, er hat auch bei Yellowstone jetzt auch ein bisschen aufgelöst und auch in der ersten Folge von 1923 erfährten, was mit James Dutton und seiner Frau passiert ist. und quasi haben Jacob Dutton und seine Frau quasi ihre Nichten und Neffen aufgenommen und sich um sie gekümmert und sie großgezogen. Und, glaube ich, auch die Rance zu dem gemacht, was sie heute ist in Yellowstone. Genau, ja. Und da fängt der ganze Fanservice an. Man sieht das Haus aus Yellowstone schon mal in Bauphase oder in einer kleineren Variante. Man sieht schon so die Anfangsbereiche der Yellowstone, wie man sie dann eben später in modern sieht, sieht man jetzt eben in neu, das Haupthaus und wie sich das Leben langsam dort entwickelt mit den Cowboys, mit der Rinderzucht, mit den Pferden und mit all diesen Problemen, die man eben mit seinen Nachbarn hat. Also da ist auf alle Fälle diese Fede da. Also anscheinend ist es das gerade irgendwie, es ist halt so in 1923 das ist auch so eine Mischung, es ist immer so, du bist jetzt nicht mehr komplett im Western, weil es gibt dann auch schon Autos und Straßen und eventuell auch die ersten Haushaltsgeräte wie eine Waschmaschine. Das ist alles so im Kommen, wird aber alles noch skeptisch beobachtet. Es ist wirklich so ein bisschen so zwei Welten so ein bisschen noch eben in dem Western-Part, aber auch schon in dem Modernen und in dem Fall gibt es dann auch so eben wie Sie sagen, Probleme, Nahrungsquellen für die Tiere zu finden und da ist dann auch so dieser Streitpunkt zwischen den Dattens und den, die ihre Rinder haben und zwischen, ich glaube das ist auch nicht was für Schafe oder Ziegen, die auch quasi Futter brauchen und da gibt es immer so ein bisschen wer darf jetzt diese Tiere füttern lassen? Ja, es ist ganz klar so, der wilde Western stirbt aus, die Städte entwickeln sich, das ist so auch wie so heutzutage, man hat die Städte, man hat die Landeier und die Dattens gehören hier eben ganz klar noch zu den Landeiern, sie haben kein fließend Wasser, sie haben keinen Strom, sie haben, glaube ich, auch noch nicht mal ein Auto, sie fahren ja noch, da gibt es ja auch die Szene, dass sie dann mit dem Pferd in die Stadt reiten und dann dürfen sie ihr Pferd nicht mehr anbinden, weil da jetzt Autoparkbäbze draus geworden sind und ihr so, wie, darf ich mein Pferd hier nicht mehr anbinden? Nein, das ist für Autos reserviert. Das fand ich tatsächlich ganz witzig, also die ist tatsächlich ein bisschen unterhaltsamer als die anfängliche Yellowstone-Serie, weil man schon so ein bisschen so ein paar Witzchen eingebaut hat und Harrison Ford ist ganz klar der Mensch, der in einer Zeit lebt, wo er quasi ausstirbt. Er ist der Boomer von 1923 und das macht es dann auch wieder, dass man dem Ganzen gut folgen kann oder dem was Gutes abgewinnen kann, weil das ja natürlich auch an sich so zeitlose Themen sind. Das sind ja Jung gegen Alt, Alt gegen Jung, das ist ja etwas, das man ja immer hat irgendwie und dann die Technik schreit voran, die Moderne zieht Einzug, jetzt hat man die KI und früher war es eben die Waschmaschine, die von Zauberhand die Wäsche alleine sauber gemacht hat. Das sind die Themen, mit denen sich Jacob Dutton rumschlagen musste und seine Frau und wir haben eben andere Themen, aber das hat er gut hingekriegt, der Tyler Sheridan, diese Connection zu unserer Zeit herzustellen und man 1923 deswegen auch so gut mögen kann. Ja, und ich muss sagen, ja, ich mag Harrison Ford aber ich hatte irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten, ihn in dieser Rolle für mich irgendwie zu akzeptieren. Also, er spielt da auch eben so ein bisschen so einen knallharten, etwas gnadenlosen Rancher, also, es hat etwas gedauert, bis ich mir gedacht habe, okay, ja, es ist okay für mich, dass er die Rolle spielt. Ja, so ging es mir tatsächlich auch. Ich finde aber, er hat es besser gemacht als Kevin Costner anfangs in der ersten Staffel, war ja schon so ein bisschen differenzierter und intelligenter an Sachen rangehen und man jetzt dadurch, dass er ja auch nur in Anführungsstrichen der Onkel ist, habe ich auch das Gefühl, dass die Autorität, die er gegenüber ja seinen Nichten und Neffen ausstrahlt, dann auch irgendwie glaubwürdiger ist. Ja. Er muss sie nicht von, also man merkt, er liebt sie auch von Herzen, aber er versucht sie natürlich auch, aber er versucht erst gar nicht eine richtig supergroße Vaterfigur zu sein. Und Helen Mirren ist da wieder anders, die versucht schon so ein bisschen die Mutterrolle stark einzunehmen und prägt die Familie auch wieder gut, aber ist auch knallhart, die macht das auch super, ich mag die echt total in der Serie. Und dann gibt es, es gibt dann eben, also wir verfolgen, es gibt Spencer Dutton, es gibt Emma Dutton, das ist so eine Nichte, John Dutton. Nee, 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 warte kurz, ich hab den Stammbaum da. Es ist so, also du hast ja quasi, also Jacob Dutton kümmert sich ja um seine, um seine Neffen von, von seinem Bruder, die wir, ähm, aus, aus 1883 Da gibt es eben den Sohn John Dutton und den Bruder Spencer Dutton. Der kam später noch hinzu, denn das, das hat man quasi in 1883 gar nicht mehr gesehen, aber irgendwann, glaube ich, bei Yellowstone kam das mal, dass da auf einmal noch ein zweiter Sohn dabei ist. Sind quasi beides die Brüder von Elsa. Genau. Und, ähm, die Serie folgt auch so, sag ich jetzt mal, drei Handlungssträngen. Das eine ist eben so, was auf der Yellowstone Ranch passiert und Spencer Dutton, also der, der, Jüngere, oder der jüngste Bruder von Elsa Dutton, der ist quasi auch, so jetzt mal, kriegsgeschädigt und, äh, treibt sich gerade in Afrika als, so jetzt mal, Großwildjäger rum oder beziehungsweise als, als Jäger, der halt schaut, dass, dass eben die Tiere nicht auf die, die Menschen losgehen, die sich jetzt hier in Afrika breit machen. Als Großwildkammerjäger, wenn man so möchte. Ja, genau. Und, ähm, ja, hat eben nicht so viel Kontakt zu seiner Familie, weil eben 1923 die Wege sich eben mitzuteilen per Brief, der dann eben mit dem Schiff irgendwo hingefahren werden muss. das ist halt nicht so, dass du da innerhalb von zwei Minuten eine Rückantwort bekommst. Und, ähm, wobei ich sagen muss, der Strang von Spencer Dutton hat mir eigentlich persönlich am besten gefallen. Ähm, und irgendwann liest er halt die Briefe, die seine Tante ihm geschrieben hat und beschließt dann irgendwie, ich muss nach Hause nach Montana und es kann sich aber so ein gutes Halbnis ja hinziehen, bis er das schafft, bis er irgendwie von, weiß ich nicht, wo ist Kenia, Namibia ein Schiff findet, das ihn halt dann bis nach Amerika bringt. Das ist halt nicht so, dass du ins nächste Flugzeug steigen kannst und dann irgendwo landest. Ja, wobei, hätte er vielleicht, also ich, da habe ich mich auch immer gefragt, gut, man erfährt schon, dass sie noch nicht so richtig super reich sind, sie haben zwar ein großes Land, aber ein großes Land ist damals eben noch teuer, muss ja bewirtschaftet werden. Aber Spencer Dutton hat ja schon einiges verdient da in Afrika. Da dachte ich, na gut, er wollte keine Zeit verlieren, um schnell zu seiner Familie zu kommen. Aber manchmal dachte ich schon so ein bisschen, nimm doch einfach ein bisschen mehr Geld in die Hand. Bestecht doch den einen, kauft doch so ein Boot oder wach auch immer was. Also der wird jetzt auch nicht, also er wirkt jetzt nicht so, als wäre komplett ärmlichen Verhältnissen. Ja. Das fand ich dann auch wieder ein bisschen schade. Aber, und hier ist natürlich ganz klar, das, was bei 1883 James war, der einen Rip-Versatz gespielt hat, haben wir jetzt in 1923 eben den Spencer Dutton, der eins zu eins in den Casey spielt. Hätte ich nicht gebraucht. Und mir war auch diese Side-Story viel zu lang. Viel zu lang. Ja, ich fand irgendwie trotzdem, dass die noch irgendwie am interessantesten, weil die war halt wirklich so komplett anders, weil du dann immer so die Bilder auch von Afrika gesehen hast. mir hat der Strang sehr gut gefallen. Und dagegen hast du eben Yellowstone, wo eben sein älter Bruder quasi hier so der Vorbeid ist, wobei man eigentlich von John Dutton, also quasi von dem ältesten Sohn, in der Serie überhaupt sehr wenig, also ich kriege den sehr wenig mit, der hat eben seine Frau Emma und auch wiederum wieder einen Sohn und der heißt Jack Dutton. Das ist sehr verwirrend. Man muss sich dann wirklich, wenn man die Serie guckt, muss man sich mal im Internet so einen Stammbaum googeln, weil du hast lauter James, John, Jacob, Jack, Dutton, also man darf das jetzt nicht komplett durcheinander bekommen. Genau. Ich habe auch anfangs gar nicht geschnallt, dass das der Sohn ist von James Dutton. Ich dachte einfach, das wäre, weil die ja auch von, ich meine, Harrison Ford ist schon alt und John Dutton war anscheinend auch schon etwas älter. Ich dachte erst, das wäre ein Freund von dem oder sein Bruder irgendwie nochmal, bis ich erst geschnallt habe. Ach so, das ist der Neffe von dem. Das wirkte ein bisschen unglaubwürdig, so alt wie die beide waren. Ja. Also da hast du dann quasi die beiden Brüder Spencer und John. Der eine ist in Yellowstone, der andere ist in Afrika und eben John Dutton hat auch wieder einen Sohn und der ist auch gerade sehr jung und frisch verliebt und möchte heiraten. Und ja. Und dann hast du natürlich diesen dritten Handlungsstrang, den ich auch eigentlich noch gar nicht kapiert habe, warum der da ist. Man sieht in dem dritten Handlungsstrang immer so eine, es ist halt so eine Schule, wo indianische Mädchen hingeschickt werden, die quasi umerzogen werden sollen, damit sie halt quasi katholisch erzogen werden und nicht mehr nach ihren wilden Sitten leben. Und natürlich wird das mit sehr strenger, sehr rigoroser Hand geführt. Und da ist eben auch ein indianisches Mädchen, das sich dem halt gar nicht unterordnen will und dann eben auch flieht und dann verfolgt wird. wo mir jetzt eben noch nicht klar ist, wo das hinführt oder wie dann die Verbindung eventuell später zu Yellowstone sein wird. Ich dachte schon, vielleicht ist das dann irgendwie eine Vorfahrin von der Ehefrau von Casey, weil es nur eine Theorie, die ich hatte. Ich glaube, dass man so eine Monika, einen Stammbaum jetzt noch aufbaut. Genau. Das ist aber eher, das ist für mich eher den Handel, den ich jetzt nicht wirklich gebraucht hätte. Ja. Hätte ich auch nicht so gebraucht, weil es halt auch gar nicht aufgelöst wird. Man muss dazu sagen, 1923 ist noch nicht zu Ende erzählt, es kommt da noch eine zweite Staffel. Und dann hat es mich überrascht, dass dann die erste Staffel nur irgendwie neun Folgen hatte. Hä, fehlt da noch eine Folge? Ich habe die ganze Zeit gesucht, die sind noch nicht erschienen. Und dann habe ich geschnallt, ah nee, die hat tatsächlich eine ungerade Zahl und es sind nur neun Folgen. Und es ist wohl noch eine zweite Staffel geplant. Muss ja auch, denn sie endet schon Cliffhanger-mäßig. Komplett. Ja. Also irgendwie in allen Strängen ist das noch nicht auserzählt. Und ja, es ist ja die zweite Staffel angekündigt. Ich hoffe, dass dann die Fäden etwas mehr noch zusammenlaufen. Es gab auch irgendwie dann bei der Rückreise von Spencer gab es auch diese eine Szene mit dem ersten Boot, das sie gefahren, wo sie gefahren sind, mit, wo wir auch einen netten Gastauftritt hatten. Wo ich merke, okay, diese Szene mit dem Boot und was dann drumherum passiert, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Warum kann man nicht gleich irgendwie auf ein richtiges Boot steigen? Ja, also da geht manchmal so ein paar Umwege. Ja. Manchmal denkt man, das ist zu schnell erzählt, dann lassen sie sich aber wieder zu viel Zeit, wo du denkst, Mensch, man hätte doch diese und jene Handlungsstränge schon vorwärts bringen können, wenn du nicht so wie so ein indischer Bollywood-Film hier und da noch eine Nebelhandlung einbaust und nochmal einen Umweg. Das ist tatsächlich manchmal so ein bisschen schade. Und ich hoffe ja, weil man weiß noch nicht, wann die zweite Staffel erscheinen wird. Ich glaube, sie ist noch nicht abgedreht und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt angefangen haben zu drehen. Und Harrison Ford ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Was man gut sehen konnte im letzten Indianer-Shows-Film. Und in dieser Staffel hat er sich noch gut gehalten. Also ich weiß nicht, ob er alle Reizszenen da selber gemacht hat, aber das wirkte echt gut noch. Einen Film? Da wirkte er noch recht fit. Also man muss schon sagen, alle Serien finde ich sehr gut gemacht. Also ich fand auch die 1923-Serie wieder sehr gut gemacht, sehr gut gefilmt. Da sind auch wieder eben immer diese Charaktere dabei, die du halt lieben kannst und natürlich dann einfach den Feind, der halt dann nicht so nett ist, aber man auch wieder irgendwie Verständnis auch für die hat. Wie gesagt, also die Serie, die mich am meisten bekommen hat, war 1883. Aber ich würde mich jetzt eben auch über die zweite Staffel von 1923 freuen. Schon allein auch, um wirklich so ein bisschen für mich auch die Geschichten weiterzuerzählen oder halt dann irgendwie zumindest so ein passendes Ende zu finden. Ja, also man will ja schon wissen, wie es weitergeht. Ja. Sie ist ganz klar so Yellowstone-Serie light, weil das fängt dann hier jetzt auch an, man will das Land jetzt von denen haben und so. Ich fand jetzt auch, bei 1923 wirkte das Land gar nicht so groß, dass die besitzen. Ich meine, in Yellowstone fahren die das ja mit dem Auto und mit dem Hubschrauber ab. Und in 1923 haben die nur Pferde und trotzdem erreichen sie das Ende oder ich weiß gar nicht, also die Dimension wird einem nicht so bewusst, wie groß Yellowstone sein soll tatsächlich. Ja. Und das wirkte für mich auch so ein bisschen unglaubwürdig, dass sie das verteidigen können mit den fünf Mann und den paar Pferden, die sie haben. Da glaube ich das dann eher, wenn die da mit ihren Trucks dann rumfahren, immer direkt an den Zaun und keine Ahnung was. Aber 1923 kriegt das auch keiner mit, wenn da eine Schafherde irgendwo, weiß ich nicht, wie viele Kilometer weit weg da mal grasen. Aber nein, sofort kommen sie alle an. und kloppen sie. Die haben dann auch ein bisschen mehr die Verbindung, dass ja, dass auch die anderen, die eben so Kuhherden haben, dass die sich halt auch noch zusammentun und so gegenseitig aufeinander aufpassen. Und es kann sein, dass in der spätsten Zeit dann Jacob Satton die alle übers Ohr hat und denen dann das Land klaut. Man weiß es nicht, also das wird noch nicht gezeigt, ist jetzt auch nur so eine Theorie. Aber da ist schon noch so dieser Zusammenhalt zwischen den Ranchern, die eine Rinderherde haben und jetzt den anderen, die jetzt nur eine Schafherde haben. Ja. Also was die Kriminalitätsrate in 1923 angeht, braucht sie sich nicht in der Yellowstone verstecken. Die haben es ja auch alle faustdick hinter den Ohren. Auch Jacob Dutton, Harrison Ford, die halten da nicht über dem Berg. Da wird schnell mal die Knarre gezogen, wenn es sein muss. Ich bin gespannt auch da, wie es weitergeht. Genau, ich kann mir das gut vorstellen, dass man da noch ein bisschen mehr Intrigen jetzt dann auch sieht. Das hat ja jetzt auch dann gegen Ende damit angefangen. Man erfährt jetzt, wie diese Behörde ins Leben gerufen worden ist, um sich noch mehr Macht einzuverleiben, um das Ganze unter einen rechtlichen Scheffel stellen zu können. Überraschung, Jacob Dutton ist eigentlich der Vorsitzende von dieser Viehbehörde. Ja, sowas aber auch. Ja, da scheint dann, das ist dann schon auch eine ganz starke Parallele zu dem, was Kevin Costner dann später spielt. Ja. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall auch eine Serie, die man sich reinziehen kann, die man sich anschauen kann. Ich finde tatsächlich, also es ist ja nicht oft so, dass man, also zum Beispiel The Walking Dead gibt es auch so viele Spin-Off-Serien, da habe ich keine davon geguckt, da hat mich kein, also wenn ich ja auch schon die Hauptserie dann irgendwann verloren habe, da wollte ich erst gar nicht erst die Spin-Offs gucken und Prequels und Sequels und was da nicht alles gibt. Aber hier war es tatsächlich so, dass ich auch Lust drauf hatte, mehr in diese Welt einzutauchen und auch mehr von der Geschichte zu erfahren. Das haben die ganz gut hingekriegt und ich bin auch gespannt auf die Four Sixes Spin-Off-Serie tatsächlich und auf die zweite Staffel 1923. Ja, und theoretisch kann man auch 1923 für sich alleine, für sich alleine schauen, weil es wird ja dann in der ersten Staffel, in der ersten Folge so ein bisschen die Vorgeschichte erzählt, zumindest was jetzt eben so die Verbindung zwischen Jacob und seinen Neffen anbelangt. Also man muss es jetzt nicht unbedingt aus Yellowstone oder 1883 kennen. Ich finde es aber eben ganz interessant, also ich würde trotzdem, also wenn man alles gucken will, würde ich halt trotzdem sagen, natürlich zuerst 1883 anschauen, bevor man 1923 startet, damit man eben dann die Namen eventuell halt kennt. Was sich schon mal als Voice-Over gewöhnt hat. Ja, unbedingt. Aber man könnte theoretisch tatsächlich die in der richtigen Reihenfolge gucken, also nicht erst mit Yellowstone anfangen, dann die Spin-Off-Serien, sondern man könnte tatsächlich jetzt sagen, ach Mensch, ich habe noch gar nichts gesehen von Yellowstone, dann fang doch ruhig mit 1883 an und mach mit 1923 weiter, wobei das natürlich ein bisschen doof ist, weil die zweite Staffel noch nicht erschienen ist. Und dann müsstet ihr wahrscheinlich ein bisschen länger warten, bis ihr dann mit Yellowstone einsteigen könnt, aber man könnte dann auch zwischendurch dann ruhig dann auch die erste Staffel Yellowstone schon mal reinschieben und da weitermachen, bis die zweite Staffel 23 erschienen ist. Es ist auf jeden Fall sehr klug gemacht und man kann so starten, wie man will quasi, also entweder mit Yellowstone oder mit 1883, wie man mag. Dann Theresa, dann lass uns doch noch mal schnell wissen, was war so dein absolutes Highlight aus allen drei Serien? Wo hast du so am meisten mitgefiebert, wo hast du gesagt, so, boah, geil? Also wirklich, ich glaube, mein Highlight ist wirklich die Serie 1883, so diesen Track zu verfolgen und wirklich sich so, vielleicht so ein bisschen so eine Vorstellung zu bekommen, wie hard das Leben quasi ist, wenn man wirklich von, damals von Punkt A nach Punkt B umgezogen ist und du hast ja auch diese Größe von, von, von USA, die man sich da dann eventuell etwas vorstellen kann. Ich mochte den Charakter von Sam Elliott und auch James hat den fand ich großartig und auch, ich glaube, in jeder Serie spielt auch Tyler Sheridan kurz mit in ein paar Folgen. Ich mag eben so diese, die Western- und Neo-Western-Geschichten und deswegen, glaube ich, war mein Highlight wirklich 1883, aber ich bin trotzdem generell in dieser Yellowstone-Welt und Datenwelt abgetaucht und ja, freue mich eben, wenn es weitergeht. Mir geht es da so wie dir, 1883 war schon echt ein gutes Highlight, ich habe es bereut, dass ich sie so lange vor mir hergeschoben habe, ich hätte sie gerne doch dann mal eher geguckt und ansonsten sind meine Highlights Rip aus Yellowstone, ich mag alle, also alles, was sich so ein bisschen so um die Cowboys da dreht, um das einfache Fußvolk, wenn man so möchte, das erheitert mich mehr, als zu gucken, wie sich da die reichen Schnösel die ganze Zeit hintergehen und ja, auf den Rücken der armen Leute quasi Verbrechen begehen, die die dann wieder auszubaden haben, weil das macht dann House of Cards dann doch ein bisschen besser, genau, also Rip Wheeler ist, es bleibt da so mein Held, ich mag das auch, wie er sich später entwickelt und welche Liebschaften er dann anfängt und und die Cowboys an sich sind auch immer lustig, ich möchte nicht bei denen wohnen wollen, ich möchte auch nicht deren Arbeit machen, aber ich gucke denen gerne zu tatsächlich. Aber ja, immer die Szenen, wenn du diese Baracke eben gesehen hast oder wie die dann sogar die Abende verbringen und Poker spielen und dann fliegt halt einer mal über den Tisch und so weiter, also das waren auch immer meine Lieblingsszenen, lieber die als das Abendessen im Herrenhaus. Ja, und man sollte der Countrymusik nicht abgeneigt sein, wenn man die Serie guckt, da kommt viel Countrymusik auch vor, dann später in der Serie. Falls man jetzt das nicht erwartet hat in der besten Serie. Ja, genau. Und die Landschaftsausnahmen sind natürlich auch klasse, das darf man auch nicht verschweigen, auch schöne Hubschrauberflüge. Ja, also Montana mit den Bergen hat schon was, also wie gesagt, uns hat das ganze Franchise eben gepackt. Ja, und vielen, mit denen ich mich unterhalte und die der Serie eine Chance gegeben haben, auch, man braucht auch tatsächlich nicht groß Zeit, um da reinzukommen in die Serie. Es gibt ja oft so Serien, wo man sagt, ah nee, du musst halt mal vier Folgen durch, das wird dann, also hier fängt das schon so ab, erste, zweite Folge, fängt das schon gut an, also direkt bei Yellowstone und ich würde sagen, absolut, von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, gibt es der Serie eine Chance, wenn ihr sie gucken wollt, ihr könnt sie auf Paramount Plus anschauen oder auf Sony Action, meine ich, lief sie. Sony Action gibt es aber irgendwie bald nicht mehr, das ist ja verkauft worden und heißt dann bald irgendwie anders, aber auf Paramount Plus, wenn ihr das habt, wenn ihr das Sky-Abo habt, dann ist Paramount Plus inkludiert, da könnt ihr das gucken. Findet ihr alle drei Serien. Ja, das ist ja auch mal schöner als auf einer Plattform. Ist auch, ja, gibt es auch nicht sehr oft, ja. Hast du sonst noch etwas beizusteuern, was mir entfallen ist? Nee, ich glaube, ich habe meine Punkte, die ich erzählen wollte, die habe ich erzählt. Ich bedanke mich bei dir als Podcast-Kollege, dass du das mit mir gemacht hast. Ich hatte immer so das Gefühl, ich habe dich in diesen Podcast gedrängt, weil irgendwie kein anderer sich für Yellowstone gemeldet hat. Aber, wie ich gemerkt habe, wir sind ja doch irgendwie auf einer Wellenlänge, was hier die Serie angeht. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin froh, dass du mich hier reingedrängt hast, weil sonst hätte ich 1883 und 1923 immer weiter weggeschoben, weil es gibt einfach so viel, was man gucken kann. Das stimmt. Und manchmal braucht man einfach einen positiven Schubser in die richtige Richtung und den hast du mir gegeben. Und ich bin dir da auch sehr dankbar. So, bevor das jetzt auch so romantisch wird wie Yellowstone am Ende. Hören wir lieber auf. Wir bräuchten noch ein Voice-Over. Wir bräuchten jetzt ein Voice-Over von Elsa, die erzählt, wie es mit uns geendet hat. Genau. Erzählt uns gerne, ob ihr Yellowstone gesehen habt, ob ihr die Prequelserien gesehen habt, ob ihr euch auf die weiteren Staffeln freut. Wie ihr denkt, wie es vielleicht weitergeht mit der fünften Staffel, wenn Kevin Costner aussteigt oder nicht aussteigt. Brauchen wir Kevin Costner überhaupt noch für Yellowstone? Was haltet ihr davon, dass Matthew McConaughey gehandelt wird, um einzusteigen für eine Art Spin-Off oder eine Weiterentwicklung von Yellowstone? Schreibt es uns gerne überall dort, wo man Likes vergeben kann beim Tele-Stammtisch, bei YouTube oder wo auch immer wir halt vertreten sind. Ich bin der David. Ich sage Tschüss und die Theresie hat das letzte Wort. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß bei der Serie und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.